Hallo, vielen Dank für das Interesse. In dieser Präsentation geht es um ein wichtiges Thema der Quantenmechanik, und zwar um die Quantenverschränkung. Es werden die Beobachtungen bezüglich Quantenverschränkung sehr einfach und mit dem klassischen Energieerhaltungsprinzip erklärt. Zur derzeitigen Theorie. Es ist paradox, dass man sich in einer Naturwissenschaft eine Theorie ausgedacht hat, in der Teilchen eine übernatürliche Kraft haben. Folgender außergewöhnliche Prozess wird als Quantenverschränkung bezeichnet. Wenn ein zusammengesetztes Teilchensystem in mehrere Teilchen gespalten wird, haben die gespaltenen Teilchen keine feststehenden Eigenschaften. Die abgespaltenen Teilchen legen erst dann ihre Eigenschaften fest, wenn an einem Teilchen diese Eigenschaft gemessen bzw. beobachtet wird. Das erste gemessene Teilchen ermittelt dabei, welche Eigenschaften es selbst und die anderen Teilchen laut klassischen Gesetzen haben müssen. Diese Informationen werden dann sofort an die Partnerteilchen übermittelt, die mehrere Kilometer entfernt sein können. Die Partnerteilchen nehmen dann die übermittelten Werte der Eigenschaften an. Hier sollen nur zwei Widersprüche von vielen aufgeführt werden. Die Teilcheneigenschaften ändern sich beim Messen. Das heißt, ein Teilchen muss seine Eigenschaften vor dem Messen kennen, welche aber laut Theorie dann noch unbestimmt ist. Außerdem, jeder Stoß bildet eine neue Teilchengemeinschaft mit möglicherweise neuen Teilcheneigenschaften. Das beobachtete Partnerteilchen muss daher auch die Details über erfolgte Stöße mit anderen Teilchen kennen. Betrachten wir zunächst einmal Teilchenkollisionen. Da bei Teilchenkollisionen oft Teilchen gebunden und wieder abgespalten werden, gilt die Verschränkung auch nach Kollisionen. Das heißt, nach Kollisionen sind die Eigenschaften eines Teilchens angeblich unbestimmt. Dieses ist ein grundlegend falsches Verständnis von Physik. Die Eigenschaften der einzelnen Teilchen nach dem Stoß sind durch die Eigenschaften vor dem Stoß exakt bestimmt. Für Teilchen gelten die gleichen Stoßgesetze wie für Körper, zum Beispiel bei Billardkugeln. Alle Beobachtungen im Universum zeigen Determinismus, das heißt die Folgen von physikalischen Interaktionen sind vorherbestimmt und damit berechenbar. Wenn es Quantenverschränkung geben würde, würde es gar keine physikalischen Gesetzmäßigkeiten geben und damit keine Physik. Angeblich entstehen bezüglich der Spinnenrichtung verschränkte Elektronen bei der Spaltungsreaktion eines Elektronenpaares zu zwei Elektronen. Das sieht so aus. In der Mitte sind hier die Elektronenpaare und die spalten zu beiden Seiten Elektronen ab. Hier sieht man auch den Unterschied zwischen Teilchen und Antiteilchen. Der Unterschied zwischen Teilchen und Antiteilchen sind entgegengesetzte Spinnenrichtungen. In der Mitte unten ist ein Elektronenpaar noch einmal von oben abgebildet, damit man die Drehrichtungen besser erkennt. Es dreht sich nicht das Elektronenpaar, sondern die Elektronen des Elektronenpaars. Bei einem Elektronenpaar sind die Spins der gebundenen Elektronen immer gleichgerichtet, da dies der Zustand minimaler Energie, d.h. Spinnenenergie, ist. Nach einer Spaltung bleiben aufgrund des Energieerhaltungsprinzips die Spinnenrichtungen bis zur nächsten Interaktion konstant, d.h. es entstehen keine verschränkten Teilchen mit unbestimmter Spinnenrichtung. Ein Irrglauben ist, dass bei der Spaltung von Elektronenpaaren Elektronen mit entgegengesetzten Spinnenrichtungen entstehen, was einem Elektron und einem Positron entspricht. Dieser Irrtum entsteht dadurch, dass die abgespaltenen Elektronen in gleichgerichteten Magnetfeldern in entgegengesetzte Richtungen abgelenkt werden. Die unterschiedliche Ablenkung erfolgt jedoch ausschließlich aufgrund der unterschiedlichen Flugrichtung. D.h. nach der bekannten Drei-Finger-Regel haben die Spaltprodukte die gleichen Eigenschaften außer der Flugrichtung. Hier noch andere Beispiele. Innerhalb eines jeden Teilchens sind die Spins gleichgerichtet, sodass die Spinnenrichtung von abgespaltenen Teilchen immer genau definiert sind. Dieses gilt auch für alle Photonen, die am gleichen Atom gebunden sind. Ein Photon besteht aus vier Elektronen mit vier gleichgerichteten Spins. Teilchen mit gleicher Spinnenrichtung werden auch als polarisierte Teilchen bezeichnet. Bereits Einstein hat bemängelt, dass die Quantenmechanik physikalische Vorgänge nicht wissenschaftlich, sondern mit Spuch und Magie erklärt. Die Quantenphysik ist eine Beleidigung für alle, die sich ernsthaft bzw. wissenschaftlich mit Physik befassen. Da die Quantenphysik die erforschte Naturgesetze der Physik verletzt und Teilchen über natürliches Denkvermögen zuspricht. Hauptursache für die irreale Quantenmechanik ist erneut das Forschungssystem, das nur etwas Neues als Leistung anerkennt. Wenn man eine Beobachtung wie die Beibehaltung von Spinnrichtungen korrekt mit der Energieerhaltung erklärt, würde dieses keinerlei Beachtung finden. Erklärt man die gleiche Beobachtung mit Magie und Spuk, ist das der Garant für Aufmerksamkeit und höchste Anerkennungen. Zum Fazit Das Forschungssystem der Physik erkennt nur neue Entdeckungen als Forschungsleistung an. Da die fundamentalen Naturgesetze bereits entdeckt wurden, sind Physiker in der Grundlagenforschung praktisch gezwungen, die Naturgesetze durch neue Gesetzmäßigkeiten zu ersetzen, die die Naturgesetze verletzen. Das gleiche, was sogar als Science Fiction als zu absurd abgestraft werden würde, wird in der Physik als geniale wissenschaftliche Leistung mit höchsten Anerkennungen ausgezeichnet. Zum Schluss sollen noch die weiteren geplanten Videos vorgestellt werden. Einmal ist dies der ehrtümliche Beweis der spukhaften Quantenmechanik, und zwar durch das Bell'sche Theorem. Darauf fiel übrigens auch Einstein rein. Dann die Erklärung von Quantenradierern inklusive der Delayed Choice Quantum Eraser mit klassischen Naturgesetzen. Und schließlich, warum Quantencomputer nicht funktionieren. Vielen Dank für das Zuhören.